Nochmal, Kamera top, die Kamera läuft. Also heute ist ja der Brauerei-Marathon und wir haben einen offiziellen Verpflegungsstellen-Biertester, den Herrn Schmalfuß. Sehr gut. Von meiner langjährigen Erfahrung und schon vielen Kostnurgen, die ich zu benehmen durfte, der die Quarantäne umdreht, dieses Vorteil abgeben kann, über die Qualität der fränkischen Kleinfrauerei. Okay. Wie viele Kilometer denken Sie, wenn es heute mehr? Ich denke, es wird 10% mehr werden.